Der Flieder, das sind die Nägelchen. Er gibt das gefüllte und einfache Nägelchen. In allen lila Tönen und auch weiße Flieder. Und Flieder habe ich immer am 1. Mai gekriegt von meinem Mann. Wo ich noch nicht verheirat habe, anstelle der Maibumm, habe ich immer einen riesen Fliederstrauß an der Tür gebungen gekriegt. Ich liebe Flieder bis heute. Nelken, die kleine Pinschen, die man an den Braten braucht, oder wenn man Hering inlädt, oder wenn man ein Weihnachtsgebäck malen braucht, da braucht man Pinschen. Nelken sind aber auch das Gewürz, das sind auch Nelken. Nelken, die Nelkenköpfe, das sind auch Nelken, die man in der Surakappe steht. Die Nägelchen, die wutten ja gebraucht, wenn man eine Surbrote inlädt, da wutten ja auch die Nägelchen da drinne sind, das gehört einfach dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.